Moin moin liebe Leute und willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig und der 2 Metropolen Challenge. Die letzte Episode war ein bisschen chaotisch, mitunter weil ich auch nicht wirklich einen Plan hatte, was ich tun will. Aber ich denke, diese Episode hier wird... Och komm schon Hassan, ich hab das Ding doch nicht wirklich angeklickt. So, für diese Episode hab ich allerdings einen Plan und zwar möchte ich die Anzahl der Gesandten nochmal deutlich erhöhen. Wir haben ja jetzt hier viele... So, und die sind auch schon alle relativ glücklich. Naja, zumindest die meisten, die, die innerhalb des Radios des Badehauses liegen. Bei anderen, näääh, ist halt eher mau. Dennoch, äh, hab ich vor, weitere Gesandte hier anzusiedeln. Dafür werden wir aber ein bisschen Vorbereitung machen. Und zwar werden wir schon mal anfangen, Marzipan zu produzieren. Und ich werde auch gleich etwas testen. Und zwar, ähm, stellt sich die Frage, wie werden wir verhindern, dass die Leute hier hinten aufrüsten. Selbst wenn die, äh, Moschee gebaut ist. Und wir machen dafür jetzt mal einen kleinen Testlauf, indem wir einfach mal sämtliche Zugangswege blockieren. Und so sehen wir die Abfrage, ob das Ding direkt mit einer Straße verbunden sein muss und die Verbindung in Reichweite der Moschee liegen muss. Oder, ob einfach nur der Radius reicht und wenn die Verbindung einen langen Umweg hat. So, das werden wir gleich mal testen. Weil wenn das, äh, ich hab jetzt hier auch schon die Steuern reduziert. Das heißt, die sollten bald aufstiegsbereit sein. Zumindest die Wunsche in diese Richtung haben. Und da sehen wir, ja, es reicht, wenn die Verbindung außerhalb des Radius ist. Hauptsache, es ist irgendwie damit verbunden. Das ist ärgerlich. Das heißt also, die Idee, einfach hier auf die Torhäuser zu verzichten, hat nicht funktioniert. So, und hier verfolgen wir Hassan. Gleichzeitig wird auch ein Vulkan aktiv. Werden wir das getriggert haben, indem wir Hassan jagen? Ich bezweifle es. Aber man soll ja niemals nie sagen, schauen wir mal, ob das Ding hier diesmal auch wirklich ausbricht. Oder ob es wieder einfach nur am Rumbrodeln ist, wie beim letzten Mal. Das werden wir dann sehen. So, und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt diesmal endlich, endlich diese verkackte Quest von Hassan kriegen. Äh, die ist uns... Okay, der Vulkan hat nur gebrodelt. Ich bin jetzt, äh, sehr, sehr enttäuscht. Ich hatte, ehrlich gesagt, auf Blut und Morde gehofft. Aber gut. Und das hier wird höchstwahrscheinlich unsere Marzipan-Insel. Auch wenn wir hier nicht genügend Zuckermühlen bauen können, ist halt die Frage, haben wir... Woanders noch Flussbauplätze? Ja, wir hätten hier noch welche, die möchte ich aber für die Bücher frei halten. Einfach, weil wir voraussichtlich später viel mehr Papier verbrauchen werden. Flussbauplätze. Ja, die sind... Seltener als mir eigentlich lieb ist. Hier hätten wir auch bloß zwei Plätze zur Verfügung. Zwei ist mir zu wenig. Ich will mehr haben. Hier hätten wir vier. Aber diese Insel gehört bereits jemandem. Genau, wir werden uns Charityville schnappen. Wir machen hier raus unsere Marzipan-Insel. Wir müssen dafür jetzt aber erstmal in der Lage sein, auch auf Anteile zu bieten. Das heißt also, wir machen jetzt das hier. Und wir werden den Cooldown reduzieren. Den haben wir jetzt um 25% reduziert. Das sollte jetzt ordentlich was ausmachen. Und diese Insel hier sollte ja auch nicht allzu teuer sein, ne? So, das heißt also, zum Ende der Episode sollte uns diese Insel gehören. Und bis dahin können wir ja... ...weiter ein paar Gesandtenhäuser aufsteigen lassen. So, das machen wir hier aber schön von Hand. Einfach um sicherzustellen, dass da kein Schabernack getrieben wird. Und Leute aufsteigen, die nicht aufsteigen sollen. Hier wäre es zum Beispiel cool gewesen, wenn man so ähnlich wie in City Skylines Sektoren platzieren kann. Ja, dann könnte ich das jetzt innen statt markieren. Und da die Steuern senken. Und hier draußen könnte ich sie, äh, könnte ich sie erhöht halten. Das ist aber vermutlich ein Feature, das vielleicht 0,0% der Spieler tatsächlich nutzen würden. Insofern, naja. Yay, neuer Stadtstatus. Wir sind alle so glücklich und wir haben mehr Ehre gekriegt. Wuhu! So, den nächsten Status Upgrade, den gibt es dann ab 3500... ...Hardlige oder 5000 irgendwas Gesandte. ...Isa-Besel-Viel. So, wir könnten natürlich auch weiter Bauern aufsteigen lassen. In der Hoffnung, dass wir damit dann auch mehr Gesandtenrechte, äh, mehr Patrizierrechte kriegen. Aber es müssten dermaßen viele sein und wir können nicht so viele Bauernhäuser aufsteigen lassen. Außer natürlich, wir würden jetzt hier die Außenbezirke weiter expandieren. Das ist natürlich etwas, das können wir tun. Na, schauen wir mal. Erstmal mehr Gesandte. Damit kriegen wir ja auch weitere Aufstiegsrechte. So, sind wir jetzt bei 3500. Jetzt haben wir keine Mosaike mehr. Gut, da können wir das hier jetzt auch wieder reduzieren. So, und wir haben ja eh ein Handelschiff hier im Hafen. In unserem wunderschönen Hafen, den wir ja letztes Jahr ausgebaut haben. Was liegt denn da? Wow, eine Tonne Milch. Ja, gut, kann ich nicht gebrauchen. Ähm, schauen wir mal. Was können wir denn aktuell so alles wieder verkaufen? Natürlich Fälle. So, machen wir es mal. Und Hassan treibt hier oben wieder Schabernack. Da jagen wir doch gleich mal das Schiff. Vielleicht kriegen wir ihn damit kaputt geschossen. Und vielleicht ist das dann endlich das 50. Schiff. So, 34.000 für diesen Handelsstil. Joa, das klingt gut. Und da kriegen wir auch gleich erstmal wieder ein bisschen Ehre. Und ich denke, damit sind wir auch in der Lage, wieder ein paar... ...ein paar Patrizier-Waren zu verkaufen. So, und da ist das Sandschiff. Na, dreht es ab? Nein, er hat sich dem sogar richtig gestellt. Und ja, zwei Seifeln später war das Schiff dann auch weg. Aber es hat immer noch nicht gereicht, um das letzte Gefecht zu triggern. Es macht mich langsam ab, bis sie stinkig. Möchte ich an dieser Stelle ganz offen und unverblümt von mir geben. Weil es kann doch nicht sein, dass wir jetzt so lange ihm hinterherjagen müssen. Na gut. So, was ist hier? Oh, schon wieder Milch. Ja, das sind vermutlich die ganzen Zollwaren, die wir nicht annehmen können. So, verkaufen wir mal ein paar Bücher. Danach gibt es eine große Lieferung Bier und Brot. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Geld in die Kasse gespült. So, in der Zwischenzeit. Wie sieht es denn hier mit dem Cooldown aus? Na ja, noch etwas über eine Minute. Das kriegen wir hin. Und warum war hier gerade Katastrophenmusik? War hier in der Nähe eine Insel, wo eine Katastrophe passiert? Scheint aktuell nicht so. Obwohl, diese Stadt hier ist halt von der Optik eine totale Katastrophe, oder? Die sieht doch so richtig schön hässlich aus. Ja, im Early Game finde ich die KI richtig gut. Aber im Late Game, muss ich sagen, würde ich ehrlich gesagt die KI von 2170 vorziehen. Auch, dass das Schloss hier niemals fertig gebaut werden wird, ist die reinste Enttäuschung. Aber das Schloss wurde weitergebaut, und zwar im Innenhof. Das heißt also, hier würde vermutlich noch irgendetwas mittendrin platziert werden. Ist es ein großes Becken? Nein, das ist es nicht. Vermutlich auch kein Schlossbauteil, weil das komisch aussehen würde. Was wird es dann sein? Was gibt es sonst so für Deko-Gegenstände? Eigentlich nicht allzu viele, die diese Größe haben. So, damit haben wir jetzt noch 22.000 mehr. Wie gesagt, ich könnte eigentlich effizienter spielen, gerade was die Geldbilanz angeht. Aber ich ziehe lieber ein Handelsimperium vor. Gut, ah, das ist die Katastrophe. Ich verstehe. Na gut. So, wir haben hier vier Flussbauplätze zur Verfügung. Das heißt also, mit dreien kriegen wir ungefähr 6.000 Gesandte versorgt. Also ich denke, so 8.000 Gesandte sollten mit dieser Insel drin sein. Und das ist ja ungefähr so die Nummer, wo wir später mal hinwollen. Vielleicht sogar noch mehr. Wer weiß, vielleicht kann man sogar noch mehr damit versorgen. Vielleicht geht es sogar in Richtung 10.000. Man weiß es nicht. Die Produktion hat sich verabschiedet. Wäre mal spannend zu wissen, ehrlich gesagt. Ja gut, da bin ich jetzt zu faul, das extra nachzuschauen. Wir lassen uns einfach überraschen. Wir werden es ja sehen, anhand dessen, wie viel wir produzieren, wie viel verbraucht wird, ob die Lagerbestände steigen oder sinken. Weil bis dahin ist auch unsere zweite Speicherstadt fertig. Was natürlich dafür sorgt, dass wir eine deutlich höhere Lagerkapazität haben. Ja, 845 werden wir dann haben. Aber gut, die Hafenstadt ist gleich fertig. Und wie wir sehen, geht uns hier ein wenig das Wasser aus. Das können wir doch nicht zulassen. So. Und ja, das hier drüben war eine echte Schande. Na, dafür haben wir jetzt die große, dafür haben wir jetzt die große Norias. Gut. So, und damit wird die Speicherstadt jetzt bald weitergebaut. Also in ein, zwei Episoden ist das Ding durch. Finde ich gut. Nein, darauf habe ich leider keinen Bock, Garibaldi. Das kannst du schön selber machen. So, und hier sehen wir so viele Boni, die unser Schiff hier einfährt. Ha, herrlich. So, hier noch drei Minuten bis zum nächsten Share. Ja, das heißt also, in ein paar Minuten gehört es uns. Das heißt, wir werden noch in dieser Episode vermutlich die Marzipanproduktion aufziehen können. Werden dafür natürlich einiges am Mosaike brauchen. Ja, dafür können wir ja die Mosaikreserven der anderen Inseln anzapfen. Wir haben ja, hier haben wir 158 Tonnen, hier haben wir nochmal 20. Ist nicht viel, aber das kann sich schon mal läppern. So, wir müssen jetzt natürlich schauen für die Marzipanproduktion. Die müssen wir natürlich eh erstmal noch freischalten. So, wir brauchen 1500 Ansehen. Wir haben 1100 Ehre, das wird dafür nicht ganz reichen. Gut zu wissen, ist natürlich ein klein wenig enttäuschend, aber... Dann machen wir schon mal so viel, wie wir können. Ehre werden wir noch genug kriegen. Und Hauptsache, uns gehört erstmal diese Insel. So, noch eine Minute zehn. Na gut, mit Zeit rafft man natürlich ein bisschen schneller. Schauen wir mal, ob Helena dann auch in der Lage ist, etwas zurückzukaufen. Ich halte es selber für unwahrscheinlich. Ja, ich will nicht wissen, was du schüttelst, ne? Vermutlich meint er aber trotzdem ein Handshake. Aber man weiß ja nie. Ich meine, habt ihr seinen Bart gesehen? Das könnte auch ein ziemlich perverser alter Sack sein, der... ...was weiß ich macht. Das sind Dinge, da müssen wir nicht weiter ins Detail gehen. So, 18.879 Einwohner haben wir. Darum können wir doch was anfangen. Naja, je mehr Einwohner, desto mehr Prestige. Das Dumme ist nur, da zählt glaube ich nicht die Einwohnerzahl selber. Sondern ja Stadtrang. So, hier haben wir jetzt auch dieses Schiff von Hassan zerlegt. Wir machen also auf jeden Fall Fortschritte in der Piratenjagd. So, Helena. Das wird die erste Insel außerhalb unseres großen Schutzgebietes sein. Oh, das hab ich vor, Garibaldi. Nein, Helena, du hast nichts falsch gemacht. Du besitzt nur eine Insel, die ich gerne hätte. Und leider kann ich dich nicht bitten, sie mir freiwillig zu überlassen. Diese Nachricht verwirrt mich jetzt, weil ich spiele das Spiel seit effektiv 13 Minuten. Na gut, da machen wir mal einen Schnitt. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und ich muss gestehen, ich bin bezüglich des Speicherproblems gerade so ein bisschen pissig, weil das letzte Mal, als ich eine große Stadt gebaut habe, so groß, dass dieses Problem wirklich zum Tragen kam. Da musste ich erst so jenseits der 30.000 Einwohner erreichen und ich war da immer noch auf maximalen Grafikdetails unterwegs. Hier hab ich sie ja schon reduziert. Und, ja. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich einfach immer regelmäßig Rechner neu starten. Das hab ich aber schon, bevor ich den ersten Teil dieser Episode aufgenommen hab. Ja, extra für dieses Spiel, Rechner-Neustart. Alles, das heißt extra meine 200 Tabs Porn bei Google Chrome geschlossen. Natürlich alle Browser im Hintergrund abgeschaltet. Und so weiter und so fort. Also eigentlich alles getan, damit das Spiel nicht pissig wird. Und trotzdem ist das Spiel so böse zu mir. Gut, also, wir müssen natürlich die Zahl der Gesandten erhöhen. Das können wir in dem Bereich tun. Das dumm ist nur, das würde die Einwohnerzahl gar nicht mal so weit steigern. Aber wir müssen Marzipan freischalten. So, um die Einwohner glücklich zu machen, müssen wir natürlich ein weiteres Badehaus errichten und dann die Steuern reduzieren. Dann machen wir das doch einfach mal. So, Badehaus war hier. So, und da sehen wir ja... Du bist happy, ne? Also hier, mit mir gibt es keinen Grund zur Klage. Du gibst mir Geld. Ich geb dir Waren. Alle sind glücklich. So, dann reduzieren wir hier mal ein bisschen die Steuern. Und unsere Bilanz ist jetzt schrecklichst negativ. Aber hey, es könnte schlimmer sein. So, und ich will jetzt einfach nur endlich das Hassan verreckt. Ja, 30.000 Gold will er haben. Kann er vergessen. Aber wie gesagt, wenn es so weitergeht, ich bin beinahe schon so weit, dass ich sage, lass uns lieber doch mit ihm verbünden. Einfach, damit er nicht mehr so ein Nervfaktor ist. Aber das kann es ja auch nicht sein. So, die Zahl unserer Gesandten steigt. So, dann reduzieren wir mal die Steuern der Nomaden. Dann können wir noch weitere Häuser aufrüsten. Ja, ich denke da jetzt ganz speziell zum Beispiel an diesen Block. Das wird 48 Mosaike kosten. 80 haben wir jetzt. Ja, also... Scheint also ganz gut zu laufen bei uns. Ja, ich habe keinen Bock, die Grafikdetails auf Minimum zu reduzieren. Weil da muss ich sagen, da ist das Spiel dermaßen hässlich, dass es nicht mit meinen Qualitätsansprüchen konform geht. Zumindest was die visuelle Qualität angeht. Ja, was die Aufnahmequalität angeht. Dazu kann ich halt nicht viel sagen, weil... Seien wir ehrlich, ich denke jetzt nicht, dass ich ein besonders guter YouTuber bin oder so, sondern eher, wenn überhaupt, unterer Durchschnitt. Aber zumindest in Anno habe ich ein klein wenig Skill, was das Ganze zusehenswert macht. Aber es nützt halt nichts, wenn dabei das Spiel so hässlich ist, dass man Augenkrebs kriegt. Das ist dann nur noch für die Hardcore-Enthusiasten. Und damit ist ja auch keinem geholfen. So, wir erreichen jetzt bald die 4000 Gesandte. So, die haben wir jetzt überschritten. Ach, hier reicht es ja eigentlich, wenn ich Steuern nur auf leichtgrün setze. Selbst dann ist das ja schon alles geklärt. Naja, in der Zwischenzeit... Ähm... Ne? Holen wir uns trotzdem mal diese Insel. Grundlegende Ressourcen haben wir ja dann auch schon da. Ja, wer hätte das gedacht? Oh, keine Sorge. Bald wirst du mich wieder lieben, Helena. Lieben. Dann würdest du dir sogar wünschen, wir hätten Kinder zusammen. Das kann ich dir schon sagen. Okay, so. Wir haben ein paar Waren hier. Auch alle möglichen Waren, die keinen Sinn machen. Aber das sind ja Details. Oh, Helenas Schiff wollte hier anlaufen. Tja, zu spät, kleines Schiff. Diese Insel steht unter neuer Herrschaft. So, jetzt haben wir hier auch die Lagerkapazitäten erhöht. Und wir können jetzt hier auch schon mal anfangen, ordentlich zu shoppen. Damit wir dann, sobald es richtig losgeht, auch gut vorbereitet sind. Eine hohe Lagerkapazität wird hier besonders wichtig sein, weil halt diese Handelsroute besonders lang ist. So, machen wir das mal. Ja, Lagerkapazität 215. Damit können wir arbeiten. Dann kann unser Schiff auch gleich immer sehr viel in sich aufnehmen. So, jetzt haben wir schon 4200 Gesandte. Ich vermute mal, wir müssen noch mehr kriegen. Warum würde es mich nicht überraschen, wenn es heißt, wir müssen tatsächlich den nächsten Stadtrang erreichen? Das würde bedeuten, wir müssen auf 5240, ja. Dann könnten wir auch gleich die ganze Sultansmoschee bauen. Ganz ehrlich. So, ähm... Die hier brauchen wir gleich gar nicht erst aufsteigen lassen. Da kommt ja das Badehaus nachher hin. So, und eines Tages haben wir auch genug Mosaikes, dass wir ja auch alle Straßen mit Mosaiken besetzen können. Dann sieht das Ganze auch deutlich hübscher aus, ja. Und nicht mehr so Feldwege zwischen Steingebäuden. Was ja doch schon so ein bisschen nicht gerade viel Sex-Appeal hat. Oh Gott, bleib mir bitte fern mit Religion, ja. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt kein Problem mit Allah oder so, aber... Religion ist nicht so mein Bier, ja. Das, äh, bitte, ja. Ja, zwinge mir nicht deine Religion auf, ja. Ich fühle mich unterdrückt in meinem Unglauben. So, bitte sagt mir, dass ihr jetzt... Ja, sie wollen Marzipan. Wir haben soeben unser Ziel erreicht. So, jetzt brauchen wir allerdings 400 weitere, äh... Jetzt brauchen wir nochmal deutlich weitere Ähre. Aber auch die können wir uns holen. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier mit diesem Schiff hier rüber. Und dann sichern wir uns jetzt auch mal genug Ähre, dass wir in der Lage sind, auch gleiches entsprechende Saatgut zu holen. Gut, jetzt haben wir wieder über 1000 Ähre zur Verfügung. Die können wir jetzt gewinnbringend einsetzen. Wobei, Ähre ist es ja nicht richtig. In der deutschen Version heißt es ja Ruhm. So, jetzt haben wir hier die Steuern erhöht. Wir sehen, unsere Bilanz sieht jetzt deutlich besser aus als vorher mit 660. Beziehungsweise negativ 660. Naja, wie gesagt, bleibt die ganze Geschichte weiter so, äh... Muss ich doch früh mit Hassan eingeben, weil langfristig brauche ich diese Handelsrouten. Und ich kann es mir nicht erlauben, sie die ganze Zeit beschützen zu müssen. Da habe ich auch offen gesagt keinen Bock drauf. So, da haben wir jetzt auch gleich mal das Paket hier. Damit holen wir uns die letzte ein bisschen ansehen. Und damit können wir dann das Saatgut holen. Und da steht es auch schon bereit, für 200 Ähre. Die haben wir. Ja, wir sind in der Lage, unsere Marzipanproduktion. Ein Schiff. Also zu deutsch, für viele Jahre haben Lord Northberg und Al-Sahir hier versucht, Frieden zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen im Norden und im Süden zu schaffen. Der Austausch wichtiger Informationen ist der Schlüssel zum Erfolg, ähm... Potenzielle Konflikte zu vermeiden. Kann ich aushelfen? Ja, natürlich kann ich das. Ähm, das heißt also, ich muss jetzt Informationen rüberbringen. Und ich vermute mal, die Quest würde in die Richtung gehen, dass man versuchen wird, mein Schiff abzufangen. Hörst du mich zu beantworten? Es ist der Sultan's Wunsch. Hörst du das? Du hast dich entschieden, um ihn zu repräsentieren. Ja, ich denke mal, das können wir jetzt trotzdem noch rasch machen. Unsere Piratenjäger sind ja jetzt auch nicht so weit entfernt. So, dann holen wir mal jetzt hier rüber. Wow, wir kriegen 57 Tonnen Fleisch. Das ist ja... ...nichts. So, das Piratenschiff, hier ist unsere Flotte. So, und das Schiff wurde auch schon gut verlangsamt. Naja, genau, Hassan. Das bringt doch alles nichts. Oh, hier hat die KI es nicht geschafft, einen Turm richtig in die Mauer reinzusetzen. Das spricht doch so ein bisschen für Unfähigkeit. Oh, hier haben wir einen kleinen Stau. Aber auch das hört uns nicht vor Probleme. So, ich denke mal, das Fleisch können wir gleich verkaufen. So, dann bringen wir das mal rüber. Gleichzeitig werden wir ein neues Handelsschiff bauen. Und damit werden wir unsere Bauressourcen rüberschippern. Wir werden aber erst in der nächsten Episode, ähm, das anfangen Marzipan zu produzieren. By the way, ich habe hier noch eine kleine Nachricht, die für euch alle spannend sein könnte. Zumindest für diejenigen, die auf dem Hauptkanal folgen. Wir haben heute einen größeren Test gemacht. Und zwar haben wir auf dem Hauptkanal mal das Livestreaming-Feature von YouTube getestet. Und, äh, hat uns soweit ganz gut gefallen. Ich selber kann noch nicht großartig streamen. Das liegt einfach daran, dass ich kein zweites Display hier habe. Was dazu führt, dass ich den Chat während des Streams nicht verwalten kann. Deswegen hat es jetzt erstmal Alex übernommen. Beziehungsweise Alex, das ist mal englischsprachig, ne. Einer unserer Briten macht das. Und, ja. Wie gesagt, hat uns soweit eine ganze Menge Spaß gemacht. Wir werden das vermutlich noch häufiger machen. Und, sobald ich eine bessere Internetleitung habe, aktuell reicht die nämlich bloß für 720p, was ein bisschen wenig ist, gerade in Zeiten von 4K. Aber gut, äh, Technik und Service-Wüste Deutschland, ne. Ähm. Ja, sobald das, äh, sobald das dann geklärt ist, dass ich den besseren Internetanschluss habe. Hoffentlich ist er bis dahin möglich. Ansonsten, ansonsten ist das auch ein bisschen problematisch. Dann werde ich halt erstmal bloß in 720p streamen können. Leider. Aber wenn's halt nicht anders geht. Naja, sobald das zweite Display da ist, werde ich dann auch anfangen zu streamen. Das wird vermutlich sehr anodastig sein. Während Alex so allgemein irgendwelche Spiele zeigt, ja. Zum Beispiel, ähm, heute war das StarCraft II Arcade. Haben wir auch auf den Tealine Wars gespielt. War ganz spaßig. So, und hier bestechen wir mal wieder den Berg. Und ja, es ist jetzt tatsächlich wieder Thumbnailzeit. Ist jetzt nur die Frage... Was nehmen wir als Motiv? Naja... Andererseits... Also die Stadt ist ja schon so ein bisschen episch groß. Ja, wenn wir uns das mal anschauen. Auch hier vorne das arabische Viertel. Dahinter die Occidentalstadt. Ja, nehmen wir doch einfach das hier. Ne, das schaut doch ganz gut aus. Auf maximalen Details würde es natürlich besser aussehen. Aber es ist eine andere Geschichte. So, na hier sind jetzt alle wieder fröhlich am Scherz kaufen. Haben sie etwa ein bisschen Angst gekriegt. Naja, so. Wir haben jetzt, äh... Ein bisschen was geschafft. In der nächsten Episode werden wir uns um Marzipan kümmern. Was dazu führt, dass die Leute hier glücklich sind. Da haben wir alle Bedürfnisse erfüllt. Dann können wir auch den ganzen Rest aufsteigen lassen. Mit den entsprechenden Materialien. Und uns wieder mehr auf den Oxident konzentrieren. Weil... Der ist nicht so weit, wie er sein könnte. Das finde ich ein bisschen schade. Also ja. Nächste Episode Marzipan. Weiterer Ausbau. Zukünftige Episoden. Oxidentstadt. Das wird wunderschön. So, und ich glaube, das war es dann damit auch. Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr wisst ja, was zu tun ist, ne? Like, comment, subscribe. Um es mal kurz zu fassen. Und wir sehen uns dann voraussichtlich morgen bei der nächsten Folge. Anno 1404. Oder vielleicht morgen Abend bei Anno 2070. Bis denn. Ich freue mich schon. Ciao. 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 Ciao.